Und Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Heute nehme ich mal über mein Handy auf Ich spiele heute in der Roblox Ich weiß nicht wie der Modus heißt Aber wir fahren Zug Als natürlicher Driver Ich weiß nicht ob es zu laut oder zu leise ist das Spiel Ich mach's also leiser immer Aber Ja Weg du blödes Typ So We drive now We train Wir fahren Von Step Von Step Und Wo fahren wir her Ich wäre gerne lieber von Wir fahren mal von Coxley Von Coxley Depot Wir fahren einfach mal Ich guck mal Ob eine Aufnahme über das Handy Besser läuft als Oh Ja sieht man erstmal hier wo ich wohne Ich will mal gucken ob das läuft Throttle Das sieht spitzig hässlich aus über das Handy Was meinst du Der spielt sich hässlich aus Der spielt sich hässlich aus Als er dir das hässlich aus auf dem Handy Das sieht hässlich aus Und hockes Werte So jetzt fahre ich über 1 2 über 30 Sprich Der Der strut hält mich aber nicht rum Hallo Hallo Der reagiert nicht Der reagiert nicht Der reagiert nicht Das ist ein richtiges Problem. Das ist ein richtiges Problem. Zum einfachen Grund. Oh! Ja, ich muss es wieder runter wollen. Ach, ich kann mal. Ich bin der Arsch! 2 Minuten! Ja! Gott! Nee! Ich habe die Schneider zusammen. Das Spiel kann sich keiner geben. Da kann sich keiner geben. Ich kriege mich hier mal raus. Hallo! Hallo! Ich habe gesagt, ich habe den Elbe vergessen. 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 Wohin mal. Das kann sich doch keiner geben. Ah, wir machen so was wie von Pizzi mit Trash Night. Das ist die neue Trash Night. Nein, das ist die nicht, aber... Ah, Mann! Ich habe gar nicht mehr. Ich bin so langweilig und schlecht wie meine. Wie sonst was, also. Es geht gar nicht klar. Oh! Oh! Draußen ist scheiß Wetter überwiegen. Ball ist das? Ja, ja, ja! Ja, ja! Fick mich nicht. Gerade in den Arsch. Raus war das richtig scheiß Wetter. Was sind richtig stürmlich. Ich stehe gerade am Fenster. Aber hier ist der Fenster öffnet. Ein bisschen böse. Weil wir in unseren Nachbarn, wo ich wohne, da ist der Basillon, aber liegt schon. Vor uns im Klack liegt eine blöde Zeitung von draußen. Scheiße. Ich habe gerade den Vögel hier gesehen. Die sind einfach mit dem Wetter klarkommen. Die sind einfach mit dem Sturm weggeflogen. Das sah nicht böse aus. Oh Mann, ist das hell hier. Jetzt kommt die Sonne raus. Ich mach die Sonne nicht. Lass mich wieder ins Bett legen. Sorry. Mach schneller! Oh Mann. Ich spiele es nicht. Ich spiele es nicht. Ich spiele es nicht. Ich spiele es nicht. Ab 4 Minuten meinte ich es. Und er verliert. Er ist doch als Verschlein. Er ist echt kurz. Ich habe eine Preview vorbereitet im Spiel. Roblox auf dem Handy empfehle ich mich. Doch empfehle ich es schon. Aber nicht auf dem Spiel. Das Spiel ist Roblox scheiße. WI 7. In NRW. Ich komme auf NRW. Das ist von National Express. Die Züge. Da würde ich mal in Warnung. Coxslay. Next stop Coxslay. I know what I am. Achso. Ich bin ja hier Deutsch. Runterbremsen. Runterbremsen. Ich bin ja hier drin. Ah. Dass wir jetzt. Das Spiel sieht scheiße aus so. Aber ich habe hier irgendwie die Einstellung. Na, ich hab nen super guten Bildschirm, aber das Spiel sieht aus wie echt viel Müll. Ja, macht man da richtig... Bah, das sieht richtig böse. Grafisch sieht das scheiße, aber... This is Copslay. Wir fangen, glaub ich, jetzt eine Station, dann endlich dieses Spiel hier. Oh, ist das laut! Oh, ist das laut! Au! Das ist richtig, richtig laut! Das tut weh, moh! Ja, weg. Nach Bantam. Extra bis Bantam. Ich fahr auch nur bis Bantam. Und dann beende ich das Video auch schon. Dann zeige ich gleich mal die erste Aufnahme mit dem Handy, die ich jemals gemacht habe. mit irgendeinem Videoprogramm, was ich bei Google im Google Play Store als erst gefunden habe. Das ist, glaub ich, ganz böse. Scheiße. Aber es interessiert mich nicht. Aaaaah! Das sieht echt aus wie sonst. Das sieht echt böse aus. Äh! Schau doch an PC. Stehe da an PC. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, was ich für Musik dahinter lege, weil es langweilig ist. Äh! Vielleicht fällt mir da was ein. Mach 10 Minuten. Ach, vielleicht leg ich einfach ein bisschen Musik hinter. So, vielleicht ruhige Musik hinter. Ja, ich weiß, wo ich ihn fahre. Ich fahr eh nicht bis Bantam. Ich fahr eh nicht bis Bantam. Ich fahr eh nur kurz ein bisschen. Ach, ich fahr eh bis Bantam. Da war endlich aber das Video, weil das scheiße so ist. Ich guck die ganze Zeit. Sieben Minuten, bitte. Ich glaube, da kann man auch sehen, wie lange das Video noch geht. Ich hab noch nie mit meinem Handy aufgenommen, das ist böse. Ach, wo das Handy erst, sagen wir mal vier Monate alt ist. Ich weiß nicht, ob es ein Roblox hängt oder am Handy, aber ich hab nicht, ob es ein Handy ist. Das Handy ist neu. Den HTC. Der HTC, weil ich arbeite für Leute. Ja, der hat eine Huawei P Smart. 2018. Das läuft. Diese Scheiße kann das auch nicht sein. Ich weiß nicht, ich höre, was sieht ein Roblox. selber. Roblox sind echt normalerweise nicht so scheiße. Doch sieht halt nicht genauso aus, aber sieht ein bisschen auf dem PC. Bisschen grafisch hochwertiger aus. Grafisch detaillierter. Ach, Kopfschmerzen. Ach, scheiße. Scheiße, das tut richtig weh. Leute, kennt ihr das, wenn ihr einfach mal eben kurz so einen richtigen Kopfschmerzen richtig, einfach mal ganz kurz vorne an der Schädeldecke, einfach mal eben kurz einen richtig nervigen Schmerz dann habt, kurz, dann richtig den Kopfschmerzen, richtig, boah, richtig fies. Das halte ich gerade. Das ist richtig mies. Alter, das würde ich doch jetzt lecker oder sonst was. Aber ich bin selber nicht. Ich esse noch hier. Okay. Okay. Mein PC. Ich muss jetzt mal lieb machen damit. Oh. Hab ich denn das ausgemacht? Ich bin dann auch gerade mit dem Ausknopf getroffen. Oder irgendeine Zeile ist nicht richtig angebracht worden wieder. Oh, ich hab irgendeinen Fehler gemacht. Ich hab auch irgendeinen Fehler gemacht. Ja, stimmt. Ich glaub... Ich glaub, ich hab's bedeuten gegen meinen... Alter. Ach, Scheiße. Ich darf gleich neu arbeiten im PC. Hallo, wie geht's? Ach, das hat er an. Ich bin... Ich glaub, ich darf das nicht tun, weil dann drück ich hier mir meinen Kühler weg. Und dann kühlt er sich an. Dann spät er glaub ich kurz aus und dann bin ich... Dann ist natürlich gefegt das. Scheiße! Na ernsthaft. So, dann kommt mein nächstes Mal endlich Benchen. Wieso dann hab ich eigentlich auch gern Bock mehr auffahren? Boah, das sieht so dreckig aus wie ich mich drauf auf den Fenster guck. Ey Leute, schreibt mal in die Kommentare. Ich hab heute auch... ...und Sonntag... ...hab heute ein ganz kurzes... ...kurtes Video... Oh, ich hab heute schon... ...videos gemacht... ...vom kleinen... ...klein... ...vlog... ...so ganz ganz kleinen Minivlog... ...der einen Lüttel lang ist oder so... ...oder 3... ...ich weiß nicht mehr wie lang... ...da hab ich einfach mal mein... ...mein... ...mein... ...dich natürlich auch gezeigt... ...da hab einfach mal... ...gefegt... Schreibt mal in die Kommentare, ob ich den auch... ...hochladen soll... ...wär echt nett... ...das ist Rohmaterial, ich könnte das nicht irgendwie verschwenden... ...und ich leck mich an... ...Rest Benton vorbei... ...und ich leck mich an... ...Rest Benton vorbei... ...und ich will vergessen, was ich sagen wollte... ...Standard... ...und ich hatte schon eine Frage... ...leck dich nach vorne Junge... ...das ist ja richtig spannend so... ...ja... ...und ich bin nicht rausgeflogen... ...und damit... ...wenn ich auch natürlich die Aufnahme... ...ich danke herzlich... ...fürs einschalten... ...ich hoffe... ...dass ihr beim nächsten... ...laut... ...diese Musik... ...das ist ja mir die Abmord hier kaputt... ...die Juan Musik... ...ich hoffe ihr schaut mir auch beim nächsten... ...schreibt mir auch auf das nächste Video... ...wieder hinein... ... deswegen... ...ich bedanke mich nochmal herzlich... ...und schreibt mir in die Kommentare... ...ob ich diesen kleinen Minivlog... ...den ich mal gedreht habe... ...zum ersten Mal mit meinem Handy... ...ob ich ihn auch hochladen soll... ...ich wirklich... ...ich freue mich wirklich auf die Kommentare... ...und auf... ...auf das Feedback... ...bist du nicht mal... ...euer Perfeb... ...euer Epi... ...Fabian... ...Tschüss... ...Nah...